Die Mama ist ja super freundlich. Ist das ein Männchen oder ein Weibchen warst du da? Ein Männchen. Und das dicke da? Ein Weibchen. Ein Weibchen? Auch ein Männchen. Was ist das? Das hat braune Augen. Das ist noch nicht, oder? Nee, das noch nicht. Mama, geh mal weg. Auch ein Männchen. Nur das hier ist ein Weibchen. Aber die hat auch braune Augen. Chrissy will bestimmt blaue Augen. Das sind alles Männchen. Bis auf das eine. Nee, warte mal. Das hier ist auch ein Weibchen. Hallo. 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 Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr überrasen kann, dass ich mich nicht mehr überrasen kann.